Der Alpenlandklassiker der ÖBB, die sechsachsige E-Lok der Baureihe 1010, kommt als Pico-Expert-Modell in den Fachhandel. Das Epoche-IV-Modell trägt die Loknummer 1010-013-9. Die attraktive Elektro-Lokomotive bietet dem vorbildorientierten Modelleisenbahnern vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Das Original dieser E-Lok war eine wichtige Stütze des elektrischen Bahnbetriebes der ÖBB bis 2003. Das Pico-Expert-Modell der Reihe 1010 kommt in DC- und AC-Ausführung. Die Dachausrüstung ist perfekt nachgebildet. Besonders besticht die vorbildgerechte Nachbildung der Scherenstromabnehmer sowie die filigranen Dachisolatoren und elektrischen Zuleitungen in vorbildlicher Materialstärke. Das Modell gefällt durch eine gelungene Frontenachbildung nach Originalplänen mit korrekter Lampenform-Nachbildung. Viele angesetzte Details wie Freistehen-Nachbildung der alten Traversen, Front- und Türgriffstangen, Rangiertritt und Aufstiegstreppen, Schneeräumer, zurückversetzte Maschinenraum-Nachbildung für mehr Tiefenwirkung sowie geäzte Laufstege tragen so zum perfekten Gesamteindruck dieser A-Lock bei. Die Drehgestelle sind mit vielen angesetzten Details wie Tachowelle und Induzi originalgetreu wiedergegeben. Die Räder der Lok sind in Speichenausführung. Die Lackierung und Bedruckung ist makellos sowie trennscharf und entspricht in jedem Detail dem Vorbild. Die ÖBB Reihe 1110 ist gegenüber der Reihe 1010 bis auf die geänderte Übersetzung baugleich. Wobei es aber in jeder der beiden Reihen einige Details Unterschiede gegeben hat. So zum Beispiel im Frontbereich der Lok. Neben den Hauptscheinwerfern der 1110 wurden zwei Schlusslichter angeordnet. Neue Tragtraversen ersetzt die alten äußeren Traversen und verleihen der Lok einen dynamischeren Auftritt. Die Scherenstromabnehmer wurden durch Einholmpandrografen ersetzt. Die umgerüsteten Maschinen erhielten unter Beibehaltung der alten Ordnungsnummer die Reihenbezeichnung 1110 500. Diese Loks waren optisch durch auf dem Dach angebrachte Lüfter für die Gleichstromwiderstandsplanse zu erkennen. Außerdem wiesen sie im Gegensatz zu den anderen Maschinen eine neue Lackierung auf. Diese baulichen Änderungen wurden am Modell der 1110 vorbildgerecht umgesetzt. Alle anderen technischen Ausstattungen des Modells sind identisch mit der Reihe 1010. Das Modell der Reihe 1010 ist mit einem Kurzkupplungsschacht nach NEM ausgerüstet. Beide Drehgestelle haben auf je einer Achse diagonal angeordnete Haftreifen, die zur Erhöhung der Zugkraft beitragen. Die Pico 1010-013 ist mit einer digitalen Schnittstelle PLAX 22 ausgerüstet. Alle digitalen Funktionen sind mit einem entsprechenden 22-Poly Pico-Decoder abrufbar. Die Sound-Nachrüstung ist ebenfalls durch nachträglichen Einbau eines Lautsprechers und einem Sound-Decoder problemlos möglich. Das AC-Modell ist bereits ab Werk mit einem passenden PLAX 22-Decoder ausgerüstet. Bei Fahrbetrieb erfolgt automatisch fahrtrichtungsabhängig der Wechsel von Dreispitzsignal sowie der Schlussbeleuchtung. Die Schlussbeleuchtung ist extra schaltbar. Das Dreispitzsignal ist mit einer Fern- und Abländlichtfunktion versehen. Der Führerstand sowie der Maschinenraum ist ebenfalls extra schaltbar. Das Modell der ÖBB-Reihe 1010 hat einen Zink-Pro-Gussrahmen und zeichnet sich durch einen leisen und sauberen Lauf aus. Die ausgezeichneten Fahreigenschaften verdankt die Lok des neuen 5-poligen Motors mit zwei Schwungmassen, die auch für ein vorbildgerechtes Ausrollen des Modells sorgen. Mit der originalgetreuen Nachbildung dieser attraktiven Lokomotive zu einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis unterstreicht Pico auch mit dieser Neukonstruktion seinen Anspruch, technisch ausgereifte Modelle mit hohem Spielwert anbieten zu können. Das Modell der Reihe 1010 der österreichischen Bundesbahn bereichert Ihre Modellbahnanlage mit ihrer universellen Einsatzmöglichkeit und den digital schaltbaren Besonderheiten. Ihr elegantes Erscheinungsbild macht Sie zum Glanzpunkt auf jeder Modellbahnanlage. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017